Der Donnerstagnachmittag bei der SPS Connect. Wir brauchen eine Wende ohne Wandel. Das sagt Guido Ege. Er ist Leiter Produktmanagement und Produktentwicklung bei der UI Lab GmbH. Und das meint er, wenn es um das Thema Gleichstrom geht. Besonders dann, wenn die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Photovoltaik oder Windkraft, kommt. Und dann wird auch klar, was er damit meint. Denn die produzieren ja Gleichstrom. Und der muss dann erst einmal wieder gewandelt werden über Wechselrichter in Wechselstrom. Und da viele Geräte und Antriebe nur mit Gleichstrom laufen, muss erneut umgewandelt werden. Das heißt im Klartext, wir haben jede Menge Wandlungsverluste. Wie die Wende ohne Wandel nun aber aussehen soll, ganz konkret. Das wird er uns jetzt verraten. Gleichstrom, Wende ohne Wandel und das Ganze mit einem Fragezeichen versehen. Wir freuen uns auf Guido Ege. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Die Wende ohne Wandel. Ich habe den Vortrag heute unter eine etwas provokante Überschrift gestellt. Einfach um Ihnen in meinem Beitrag nahezulegen, dass DC-Gleichstrom für die Energiewende unerlässlich ist. Und wir im Prinzip ja heute schon in einer DC-Welt-Gleichstromwelt leben und es nur nicht immer als solche wahrnehmen. Ich möchte dazu in meinem Vortrag von der Erzeugung über die Infrastruktur bis hin zu den Verbrauchern in der Industrie und den Haushalten gehen und Ihnen ein Stück weit die entsprechenden Komponenten, die dazu notwendig sind, darstellen. Aber fangen wir mit dem privaten Haushalt an. Vielleicht wird es da relativ plastisch, dem heutigen Format geschuldet, sitzen Sie natürlich alle jetzt vor Ihren Bildschirmen, Laptops und diese werden mit Gleichstrom betrieben und haben ein Netzteil, das, wenn Sie es jetzt anfassen, wahrscheinlich ein Stück weit warm wird. Und dieses ist Energieverlust. Wenn wir jetzt diesen Gleichstrom direkt aus der Quelle, aus dem Netz beziehen könnten, hätten wir weniger Wandlungsverluste. Und um dieses geht es in meinem Beitrag. Und ich möchte daher zu Anfang auf die Erzeugung eingehen. Ich denke, wir kennen es alle, die Erzeugung über regenerative Energien, speziell Solar, ist etabliert, eine bewährte Technik. Aber doch hat sich in den letzten Jahren noch mal einiges verändert in Richtung der Erdverlegbarkeit, der dauerhaften Wasserbeständigkeit. Wir sprechen hier auch von Querwasserdichtigkeit. Dafür haben wir unsere ÖFLEX Solar XLWP entwickelt, um eben diesen gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. In Verbund mit dem EPIC Solar Steckverbinder sind damit natürlich entsprechende Schutzmechanismen verbunden. Stichwort, das Trennen unter Last wird vermieden. Und entsprechend auch die Systemspannungen von heute 1,5 kV. Es sind schon 2 kV in der Diskussion gewährleistet. Auf der anderen Seite haben wir die Windenergie mit ganz anderen Anforderungen. Wenn Sie sich eine Offshore-Anlage vorstellen, ist es naheliegend, dass dort Anforderungen an Salzwasserbeständigkeit, aber auch die hohe Torsionsfähigkeit durch die Rotation des Turmes notwendig sind. Und entsprechend auch Ölbeständigkeit und UV-Beständigkeit eine wichtige Rolle spielt. Hierfür das Portfolio an dieser Stelle ausgerichtet auf die Erzeugung und die Generierung von erneuerbaren Energien. Im Folgenden ein Beispiel aus der Infrastruktur. In dem Fall hier ein Ladepark. Der weltgrößte Ladepark, der gerade an der A8 zwischen Stuttgart und München in Susmarshausen entsteht. Der Sortimo-Ladepark mit insgesamt 144 Ladestationen und 24 Schnellladestationen. Um in der Endausbaustufe bis zu 4000 Ladungen pro Tag zu gewährleisten. Dazu wurde ein DC-Bus installiert, der zusätzlich noch integrierte Lichtwellenleiter beinhaltet. Um die Temperatur und die Hotspots entsprechend zu messen. Und über eine App die entsprechenden Fahrzeuge zuzubuchen und zuzuweisen. Mit dem großen Vorteil, eine geringere Verlustleistung zu haben und auch kleinere Querschnitte fahren zu können. Als wenn jetzt zum Beispiel dieser Bus direkt sternförmig angefahren worden wäre. Also auch hier wieder DC, ein Schlüssel zur Energiewende. Und in diesem Fall komplett ohne Wechselrichter oder Gleichrichter. Nur mit einem zentralen Gleichrichter am Eingang der Anlage. Und es ist natürlich damit direkt kompatibel mit entsprechenden Speichersystemen oder auch einer großen PV-Anlage, die entsprechend installiert ist. Aber wenn wir jetzt auf die Industrie gehen, sind dort natürlich noch große Potenziale, es ist in der Anmoderation angeklungen, noch zu heben. Rund 70 Prozent des Energieverbrauchs in der Industrie wird von Servomotoren entsprechend verbraucht. Das heißt, dort ist ein riesiges Potenzial, diesen Energieverbrauch entsprechend zu reduzieren. Und man muss dazu wissen, oder Sie wissen es natürlich, dass in den normalen Servomotoren sowieso schon ein Gleichstromkreis enthalten ist. Das heißt, am Anfang wird erst in Wechselstrom gewechselt, um die erneuerbare Energie entsprechend durch unser Netz zu transportieren. Es wird wieder gleichgerichtet, um entsprechend zu modulieren, die Geschwindigkeit anzupassen, um nachher wieder entsprechend bei den Asynchronmotoren wieder in Wechselstrom zu wechseln. Hier haben wir jetzt mehrfachen Verlust durch Wandlung, deswegen eben auch der provokante Titel, die Wände ohne Wandel. Hier sehen Sie eine schematische Darstellung, wie sowas aussehen kann. Ein DC-Bus, entweder ein Stromtragsystem oder entsprechende Kabelsysteme, die zentral die Verbraucher und die entsprechenden einspeisenden Elemente anfahren. Und bidirektional entsprechend die Leistung, die Energie zur Verfügung stellen. Das heißt, es können Antriebe mit variabler Drehzahl sein, Einspeisung auch aus dem AC-Net über einen zentralen Gleichrichter, erneuerbare Energie natürlich, die dezentral auch eingespeist werden können und entsprechende Speichervorrichtungen, die vor allem bei Rekuperation natürlich genutzt werden können. Und die Bremsenergie nicht durch Wärme, vielleicht sogar noch gekühlt, abgeleitet werden muss. Das reduziert natürlich auch in diesem Fall die Anschlussleistung. Und Lastspitzen lassen sich elegant dann aus der Batterie ziehen. Und auch hier wieder ein weiterer Kostenreduktionsfaktor. Das heißt, je nach Anwendung, Studien belegen, es sind bis zu 10% Einsparungen an Energie möglich. Dieses hat natürlich ein größeres Forschungsprojekt auf den Plan gerufen. Ein Forschungsprojekt, das jetzt in die zweite Runde geht, DC Industrie 2, das seit Oktober 2019 jetzt läuft. Im Vorgängerprojekt wurde die Einsparung entsprechend in einer einzelnen Fertigungszelle bewiesen, um jetzt im Nachfolgeprojekt die Gleichstromversorgung einer gesamten Produktionshalle oder Produktionslinie darzustellen. Dazu sind sechs Modellanlagen und Transferzentren geplant, um eben dieses in der Praxis darzustellen und den nächsten Schritt der DC-Technologie in die Praxis zu gehen. Das Ganze ist auf drei Jahre angelegt. Es ist ein größeres Verbundprojekt mit über 40 Partnern aus Industrie, Wissenschaft und Forschung. Und unser Beitrag in diesem Projekt ist die entsprechende Erforschung der Auswirkungen von DC auf Kabel und Leitungen. Man muss dazu wissen, dass die ganzen Normen und Standards bisher alle nur auf AC beruhen. Auch die ganzen Tests, die durchgeführt werden, sind alle AC basiert. Und erste Tests haben ergeben, man kennt es auch aus der Hochspannungs- oder Hochvoltechnik, dass sich die DC-Auswirkungen auf die Isolationsmaterialien ganz unterschiedlich sind. Das heißt, man geht von einer Umkehr und Erhöhung der elektrischen Feldstärkenverteilung aus. Das heißt, vor allem die Erhöhung durch die Wärme ist ein großer Faktor, der entsprechend die Alterung der Leitung der Isolationsstoffe beeinflusst. Das heißt, am Leiter steigt die Temperatur hin zum Isolationsstoff stärker an und führt zu einer erhöhten Alterung. Das heißt, es gibt zwei Lösungsansätze. Wir können natürlich die Nennspannung reduzieren, was weniger sinnvoll wäre. Oder eben die Verwendung von entsprechend elektrisch höheren oder beanspruchbaren Isolationsstoffen andenken. Dazu sind verschiedene Tests gelaufen. Hier mal ein plastisches Beispiel, wie sowas aussehen kann. Wir haben also über 250 verschiedene Versuchsmuster unterschiedlicher Isolationswerkstoffe getestet. Und letztendlich sind bei AC, das hatten wir nur einen Ausfall, und bei DC viel häufigere Durchschläge und Isolationswiderstandsverluste. hat natürlich auch einen Teil in den einschlägigen Tests begründet, weil der Gegenpol dieser Tests ist im Wasserbad. Und das Wasser hat speziell bei DC auch Auswirkungen auf die entsprechenden Ergebnisse. Das heißt, im Nachfolgeprojekt DC Industrie 2 wird der Einfluss des Wassers auf diesen Testaufbau natürlich auch untersucht und andere Testaufbauten geprüft, um eben diesen Einfluss von Wasser auf die entsprechende Alterung und die Tests auszuschließen. Basierend auf den ersten Ergebnissen haben wir schon ein Portfolio in den letzten Jahren gelauncht. Unsere Ölflex DC-Familie basierend auf PVC, TPE und POR-Materialien, die alle für diese geänderten Ansprüche designt wurden. Angefangen zum Beispiel von einer Anschlussleitung, der Ölflex 100 DC, bis hin zu einer Robotleitung, die den speziellen Anforderungen in einem Roboter mit Tordierfähigkeit gewappnet ist. Die Produkte haben alle gemein, dass sie dem neuen Farbcode entsprechend, der in der EN-Norm entsteht, beziehungsweise gerade auch in der IEC-Norm, die gerade sich im Werden befindet, Eingang finden wird. Das heißt also hier ein Portfolio des komplett Neues, das in der Industrie Anwendung findet und auf den Einsatz von DC und im DC-Bus ausgelegt ist. Die Energiewende mit Gleichstrom. Ich hatte am Anfang provokant in den Raum gestellt, dass die Wende ohne Wandel funktioniert. Und ich glaube, es wird ein Stück weit deutlich, wenn wir sagen, dass die alternativen Energieerzeuger problemlos ins Netz eingespeist werden können, wenn wir von DC sprechen. Das heißt bidirektional die Einspeisung und auch die Verbraucher gegeben sind. Die Bremsenergie, die Rekuperation ist möglich, ist unter AC nur sehr schwer oder gar nicht zu gewährleisten. Und dadurch können natürlich die Verbrauchsspitzen intelligent genutzt werden und verpuffen nicht oder müssen gekühlt werden. Wir können direkt die Nutzung von Batterie und dezentralen Massenspeichern einbinden. Wir haben entsprechend natürlich die Einsparung durch auch kompaktere Bauweise und den Wegfall von Gleichrichtern. Da wir ja zentral mit einem Gleichrichter arbeiten werden, fallen die einzelnen kleineren Gleichrichter in den Bauteilen weg. Entsprechend haben wir natürlich eine Reduzierung der Wandlungsverluste, die Wende ohne Wandel und auch einen Beitrag zur Stabilisierung des AC-Netzes, der 50 Hertz Frequenz, die speziell natürlich durch Windgeneratoren, die ja mit unterschiedlichen Drehzahlen eingespeist werden, immer wieder zu Schwankungen führen. Auch hier hätten wir die Möglichkeit, mit DC einen Beitrag zur Stabilisierung zu leisten. Alles in allem, die Wende ohne Wandel mit DC können wir sie angehen. Dankeschön. Guido Ege von der UILAB GmbH, Frage gleich hinten dran. Welche Potenziale sehen Sie denn für das Thema Gleichstrom in der Industrie grundsätzlich? Ja, wie es vielleicht im Beitrag angeklungen ist, denke ich, die Energieeinsparung, die ja von mindestens zehn Prozent ausgeht, ist ein großer Treiber und natürlich auch die Reduzierung der Bauteile, die in den einzelnen Komponenten zum Tragen kommen, werden sicherlich, die sind offensichtlich, liegen auf der Hand und werden das Thema weiter forcieren. Aber wird es jetzt auch durchsetzen, diese Technologie? Ja, ich denke, durch die Einsparmöglichkeiten, die wir sehen, die die Industrie sieht, gehe ich davon aus, dass sich das Thema in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter etablieren wird. Es wird natürlich die Frage sein, inwieweit ist Retrofit ein Thema oder kommt es bei Neuanlagen zum Tragen? Das wird natürlich sicher dort ein Kostenthema sein, aber ich denke, auf Sicht wird sich die Gleichstromtechnik in der Industrie durchsetzen. Sie haben jetzt von zwei bis drei Jahren, wo Sie es weiter etablieren, wird gesprochen. Wo sehen Sie den großen Durchbruch? Setzen Sie das gleich oder kommt er erst etwas später? Ich denke, der Durchbruch wird später kommen. Es wird ein zunehmender Umstieg stattfinden. Bei, wie gesagt, entsprechenden Retrofit-Anlagen oder Neuanlagen, wo ich sowieso investieren muss, wird es sicherlich Sinn machen. Eine bestehende Anlage, die funktioniert, die vielleicht noch nicht abgeschrieben ist, wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Aber ich denke, die Energieeinsparung auf Sicht wird für diese Technologie sprechen und sie wird am Ende sich durchsetzen. Sagt Guido Egege von der UILab GmbH. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Schönen Nachmittag, alles Gute. Dankeschön. Und gleich zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Feldbusse unter den gigantischen Datenansammlungen, unter dem gigantischen Datenstrom, unter der Datenflut entlasten können. Das und ein wenig mehr noch in ein paar Minuten hier bei der SPS Connect. Vielen Dank.